Konnichiwa meine Freunde, schön, dass ihr da seid und KingCaf ist auch mit am Stissel und heute haben wir bei unserem wunderschönen Anime Talk ein sehr geiles Thema und zwar das Thema also ja wir haben jetzt wir haben es schon mal das ist schon mal ein sehr schönes thema in dem wir uns nicht einig sind weil anscheinend kev findet es nicht geil beyblade warum ich finde es ist das thema irgendwie nicht würdig so man hat man hat die serie guckt die war nicht schlecht man hat die die beyblades gekauft und hat damit zerstörung gespielt irgendwie aber ich finde es hat das nicht verdient dass man darüber spricht irgendwie hey komm schon in zehn folgen reden wir über wedding peach und deswegen ist beyblade hier voll legitim ich habe mir sogar die mangas dazu gekauft ist ich habe beyblade wirklich gemocht vor allem meine anekdoten dazu als allererstes erkläre ich mal was beendet ist das sind diese kleinen kreisel dinge die du beschwören kannst und dann du hast so kreisel dinge und die ziehst du halt von der reißleine runter und dann sagst du let it rip und kriegst bei burger king bei mcdonald's was zu essen und nee und da das ist halt die serie und die haben damit gekämpft und wer zuerst aufgehört sich aufgehört hat sich zu drehen er hat verloren so wir haben daraus eine philosophie in der ds philosophie gemacht ich bin auf einmal wieder raus auf die straße gegangen habe leute gesehen die da auch beyblade gespielt haben und ich habe sie herausgefordert wir haben bei wir haben bei beim guten leid damals hinten im wald also guter kumpel von mir im wald hat so ein kleines wald stück kommt der vater eines tages so raus schaut uns an wir sind hinten und kehren den wald was macht ihr hier wir bauen eine voll geile arena wir müssen in der natur trainieren ok also wenn ihr beigt ist das in ordnung dass das halt so so weißt du so wie heißt das von der regentonne da die decke und sowas das darin gespielt was hast du für unterlagen genommen alles möglich wir haben auf steine gespielt wir haben auf holzstämme gespielt hauptsache das ding hat sich irgendwo gedreht weißt du das in schüsseln alles außer die beyblade arena weil die waren ja da hast du einmal das ding richtig eingesetzt die ganze arena zerrissen echt so vor allem dann gab es immer die kids es gab einmal die ja man ich kaufe mit region und es wird voll cool und so oder es gab die 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 gefälschten hatten ja ich habe da ein für im gamestop gekauft für zwei mark und dann gab es noch die 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 selbst die motor das sämtliche schreiben auf eins und den gespielt haben weißt du am besten die drei schraube reingerammt hauptsache ich hauptsache zehn scheiben sind drauf echt so echt so oder weißt du da da ist dann so solche leute dabei die haben wir einfach mal auf das unterteil von dem beyblade 20 zoll fehl getroffen oder dann halt da gab es dann ich will nicht wissen wie viele verletzte es durch beyblade gab weil es genug gab die ich kannte die schweiße taschenmesser messer verbaut haben oder irgendwelche cutter klingen da reingebaut haben ja jetzt drehe ich mal und scheiße die mama kommt das greift so rein alles platz hast wieder beim weg gespielt so hängen alle finger weg naja ja aber das das war halt so ich fand das richtig geil und ich hatte damals erfahrung und zwar habe ich extra weil ich beyblade so gemacht habe mir das playstation spiel bestellt oh ja das das haben wir zusammen gespielt aber das hatte eine lebensdauer von ich weiß nicht maximalen tag also mehr weißt du das hast du mal gezockt für eine stunde war geil und danach hast du nicht mehr gebraucht und das gleiche kann dann auch noch mal wie gamecube oder so raus pass auf das war stimmt das gab es noch mal für ein anderes ding das war cooler das war glaube ich cooler auf gamecube aber es ist eine geile erinnerung ich glaube ich muss mir das mal besorgen gamecube aber ich hatte es für pass auf ich hatte es für playstation gekauft und es war mein erstes spiel das ich gekauft habe wir hatten ja diese playstation 1 mit dem chip drin wir zwei ja und ja hier habe ich bei dir modden dass wir hier beide gehen ja ja der dieser tolle techniker mein opa und ja da da war es dann so dass du dass ich das erste ende ntsc spiel hatte und diese playstation das spiel trotzdem gelesen hat das heißt es hat angefangen das spiel zu lesen aber ntsc geht eigentlich nicht auf der playstation und ich hatte mir dann noch irgendwo frage mich nicht wo einen scheiß adapter gekauft dass du auf ntsc spielen kannst der das videosignal umwandelt weil ich es immer auf schwarz weiß hatte oder so und dann hat wegen den herzen so und er hat das umgewandelt ich glaube ich 50 mark für diese scheiß adapter bezahlt um das spiel dann eine stunde zu spielen nur diesen scheiß zu spielen aber wir hatten glaube ich noch damals resident evil 2 oder 3 in ntsc version da passt ja aber ja dass das war das dazu ich weiß nicht wie fandest du die serie an sich jetzt die serie waren die ganz cool gemacht übertrieben aber halt cool die habe ich auch gerne bis auf die jetzigen da ich habe da kein deutschland ja ich wollte gerade sagen es sind ja dann neue rausgekommen verstehe ich da noch nicht mehr da gab es einen haufen ds spieler und so dazu wo dann teilweise die beyblades auch dabei waren da war ich dann schon raus aus dem thema also es kam dann noch mal wieder beyblade anscheinend ein paar jahre später wo man uns dann lieber für alkohol und frauen interessiert haben also dann vor zwei jahren da haben wir dann auf den beyblade spieler du legst jetzt auf mich dann drehst du dich der kreiselfaker fällt mir da gerade ein oh scheiße hey kev was hast du da hinten dran let it rip und direkt aus dem hinteren raus gezogen sooo ihr seht diese folge hat ganz schön mehrwert für euch aber so ist es ja auch gut okay wer jetzt mal grinsen musste der schreibt mal hashtag genau so ist es werbefreundliche videos das ist mein milieu hier im anime talk ganz legitim über alte sachen gesprochen geht gar nicht beyblade hat nicht mal 10 minuten geschafft ich habe gerade keine geschichte mehr zu beyblade ich habe es gesagt es ist es ist nicht mehr aber trotzdem beyblade hat einen platz in meinem herzen i love it und ich würde sagen wir enden uns in diese folge an dieser stelle sonst wird es noch schlimmer wenn ihr noch weitere folgen über sexualpraktiken hören wollt dann lasst einfach einen kommentar und like da ja und kev ich danke dir für was ja bitte und schaut doch bei kev wobei ihr da abo und so kennt euch ja ihr wisst bescheid ja ja klickt eh nicht drauf kino schön ja 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 tschüss saiongada tschschau